Willkommen zurück zu World of Final Fantasy und das letzte mal sind wir hier stehen geblieben wir waren gerade auf dem weg hier hoch Die Prinzessin? Mann, sie ist hier! Ich glaube, sie ist der Hands-On-Type Ihre Herriness, hinter dir! Schau mal! Sie sind gut, Herr Herriness? Ja, danke Oh, Schmuck, wir müssen uns nach unten finden, jetzt! Aber wir können nach unten gehen, wenn wir schnell genug sind, wir... Nein, keine Zeit! Herr Herriness! Nein! Prinzessin Sarah, bist du okay? Mann, dieser Bewegung war großartig! Herriness! Ich weiß nicht, was gerade passiert... Ich glaube, dass ich das mache. Diese Licht wird es erklären. Sehr gut, Kapitän! Von diesem Tag an, du solltest du ein Warrior of Light sein werden. Ich? Du bist sicher? Ja. Ja. Die Legenden von Cornelia erzählen von anderen wie dich. Sie sind nicht gewöhnlich, mit großem Kraft in ihren Herz. Sie sind die Licht. Sie sind die Licht. Sie sind mit dem Potenzial zu werden, in diesem Raum zu werden. Warte, ein Medium? Ein Champion? Sie sind die Licht. Sie sind in kritischen Momenten in Zeit, in dem sie wundervieren, in dem sie zu wundervieren. Sie sind die Licht in ihnen. Sie sind die Freiheit. Sie sind die Mediums. Die Lichter, natürlich, sind die Kornelien-Legende. Aber die Mediums für andere Championen können immer noch in der Grimoire zu finden. Unglaublich. Also bin ich wirklich einer von ihnen? Ja. Keine Fehler. Ich denke, die Lichter, die Licht und die Räume waren eine Art Revelle. Wie ich schlafen meine ganze Leben, und endlich... wundervoll. Hast du diese Macht? Hast du die Möglichkeit, die Mediums zu wundervieren, als Championen? Hm. Ich wünsche, wir wussten. Wie gesagt. Wir sind nicht so viel darüber, wer wir sind. Warte, warte. Warte. Bitte warte, Prinzessin Sarah. Dieser Mann muss ihre Boss sein. Lon. Es sieht... Na gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, hauen wir die um. Ich muss nur sicher sein. Los geht's, Lon. Ja. Ja. Wir hauen den jetzt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie den umhauen können. Okay. Fertigkeiten. Ähm. Machen wir mal Fuchsfeuer. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh. Naja. Vielleicht sollten wir zuerst den Kleinen angreifen. Vielleicht bringt es mehr. Okay. Schauen wir mal, wie viel wir ihm abgezogen haben. Ja. Wir greifen zuerst den Kleinen an. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall viel schneller als die. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Nein. Aber... Leute. Was war das gerade für eine epische Szene. Wir haben den Krieger des Lichts erweckt. Das ist doch mal mega nice. Okay. Ah. Nee. Warum immer auf Reyn, man? Man schlägt keine Mädchen. Hauen wir noch den Blitz rein, dann ist er kaputt. Hau weg die Kacke. So. Jetzt machen wir mal eine Element Synergie Erde. Oder? Nee, wir hauen Feuer rein. Komm. Komm. So. Jetzt haben wir keine Fähigkeitspunkte mehr von Reyn. Aber von Lan haben wir noch. Einfach mal einen Blitz. Ah. Das ist jetzt ein heftiger Bossfight. Das wird ein bisschen länger dauern. Der hat richtig viel Leben. Also so richtig viel. Naja. Hauen wir mal das rein. Ich finde diese Synergien sind richtig cool gemacht. Also gerade die Animationen. Autsch. Fertigkeiten. Blitz. Ja. Es bringt nicht viel. Wir machen mal normales. 196. Ist okay. Und bei ihm. 174. Boah. Das ist kacke. Aber müssen wir jetzt machen. Wir haben richtig wenig AP. So. Jetzt haben wir bald wieder. Fertigkeiten. Fuchsfeuer. Hau den weg jetzt. Auf geht's. Jetzt machen wir. Ich mache jetzt mal Dester. Das habe ich noch gar nicht eingesetzt. Das sieht auch mega nice aus. Auf jeden Fall. Bam. Und ein Volltreffer. Nice. Und da ist mein Stab lauseinander gebrochen und die sind verwirrt. Aber wir dürften den jetzt haben. Ich denke mal. Hier geht's. Hau den um jetzt. Ja. Perfekt. Nice. Wir haben gewonnen. Schön. Super. Ja genau. Du sagst es. Good job. Und ganz viele Level ups per. Oh mein Gott. Nice. Nice. Richtig gut. Oh was haben wir da bekommen von Boss Fight. Mega Phönix. Ein Alma Kristall. Phönix Feder. Boah. Cool. See. See. Total piece of cake. Wait. This soldier is not human at all. Was he a Mirage? What? No. The soldiers are human beings. Flying to become architects and join the Federation elite. What happened to him? How many years have passed? Some. How many years have passed? Time for us has resumed its march. Sigwarides. Yes. Yes. What is it? You may begin. I trust you have worked out each detail. Oh. I can assure you. Every word. Then away with you. We have a prophecy to fulfill. Yes. Let us usher in a new age of history. Okay. Was war das grad? Heieiei. Das waren wohl die Oberbösewichte und es war einfach ein Kopf ohne Körper. Ganz besondere Fertigkeiten. Ist klar. Schön. 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 Möchtest du einen Fortschritt speichern? Natürlich will ich. So. Leute. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. Nach neuen Waldbergen. Ja. Da müssen wir wohl hin. So. Why don't we go back to Cornelia and see Princess Sarah. Ja. Das wäre ganz gut. So. Jetzt müssen wir hier wieder das Tor verwenden. Warum wir von da aus jetzt, also von dem vorigen Portal nicht direkt nach Cornelia konnten, weiß ich jetzt selber nicht, aber. Chapter 5. The Champion who saved Grimoire. From the looks of the inn, the Bahamushan encampment is going to stay a goblin in the hangout for good. At least they'll leave Cornelia alone for a while. Now that we've got her in the hangout, we're going to stay a goblin in the hangout for good. We're getting rid of the soldier controlling them. Once mirages are scattered and separated from their keeper, they revert to their wild state. And wild mirages are something you just learn to get used to in Grimoire. That's why you've got Mr. Warrior here. Yes indeed. However, we cannot rule out the possibility of another Bahamut attack. What we need is an alliance with another country. Some sort of mutual agreement to come to each other's defense. Actually, word has been spreading of such an organization. An Anti-Federation group as large as a nation. Perhaps the time has come to formally introduce ourselves. They call themselves the League of S. League of S? Do you know of any way to reach them? The Thane of Saronia to the North has been in contact with them. I believe one of the merchants mentioned it. Saronia, yes. They have been resisting Federation annexation. Yes. Highness, allow me to journey there. And learn what I can about the League of S. Alone? To get to Saronia, you must pass through all manner of places teeming with dangerous mirages. And I... Hey! Maybe we could go instead. Yeah! Mr. Warrior here. He and the brigade should stick around and keep the goblins in line. That's right. Cornelia's legendary champion belongs right here in Cornelia. We're the best fit for this. We've got tons of mirages to collect. And could start just about anywhere. So, you know, it wouldn't be any trouble. Oh, what a kind offer. You would really do that? Sure. You're doing us a favor, by pointing me and Lon in a new direction. We're glad to help. I thank you. We are in your debt. Here. All Cornelian Emissaries are given these letters as proof of their authority. It should help you on your way. Thanks. Well, there's no sense in hanging around. So long. Take care. Bye 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 bye. Your highness. Okay. Machen wir uns doch direkt auf den Weg, oder? Just hop on the train and take that choo choo to the north. So. Weiter geht's. Dann müssen wir hier mit dem sprechen. Right. Tickets please. So. Äh. Genau. Quellwald wollen wir nicht. Wir wollen nach Norden Richtung Saronia. Vom Quellwald, äh, da kommen wir ja her. Da waren wir schon. Go on then. All aboard. O nee. Huh. Okay. Das ist Okay, was ist da? Ah, anzünden, okay. Ah, okay, das ist wieder mit diesen Symbolen in der Landschaft, dass wir irgendwie Pflanzen anzünden können, um Wege freizumachen. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier hoch. Boah, das ist ja mal eine richtig geile Landschaft hier. Einfach so ein fetter Baum. Oh, da ist eine Truhe. Was ist da drin? Zwei Büschel Memoria Kraut. Das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vergesst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das nächste Mal wieder reinschauen. Und bis dann. Tschüss. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal.